Herzlich Willkommen bei B11 Lektion 3 Teil 1. Unser erster Teil ist ein Wortschatzteil und wir haben das Thema Wohnen und Umziehen. Fangen wir an mit einem Hörtext und Hören Sie und beantworten Sie die Fragen. Wir hören jetzt ein Gespräch und wir haben hier vier Fragen. Welchen Beruf hat Herr Hauser? Wer ist die Frau und was möchte sie? Wir hören ein Gespräch zwischen Herrn Hauser und einer Frau. Sie kennen sich die beiden gut. Ist das ein beruflicher oder ein privater Kontakt? Sehr schön. Bevor wir den Hörtext hören, ein paar Wörter, die wir im Hörtext hören werden. Also erwarten. erwarten bedeutet. Wenn ich sage ich habe sie schon erwartet. Die Kunden, die ich liebe. Die Kunden, die ich liebe. Die Kunden, die ich mag. . ok. Wir hören jetzt den Text und Sie schreiben Notizen im Text wird nicht Direkt gesagt oder dehydren. Sie hören die Antwort nicht direkt. Wir machen hier nur Vermutungen. Okay, hören wir. Ach, guten Tag. Ich habe Sie schon erwartet. Guten Tag, Herr Hauser. Kommen Sie doch herein. Darf ich Ihnen den Schirm abnehmen? Sehr gern, danke. Das ist heute aber auch ein furchtbares Wetter. Ja, da freut man sich, wenn man ein Dach über dem Kopf hat, nicht wahr? Gehen wir doch gleich weiter in mein Büro. So, bitteschön, nach Ihnen. Oh ja, hier sieht man gleich. Sie lieben Ihren Beruf und auch die Menschen. Haben Sie die Fotos alle selbst gemacht? Ja, Fotografieren ist eines meiner Hobbys. Diese Fotos erinnern mich immer an die schönen Momente in meinem Berufsleben. Hier sind die Kunden versammelt, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind. Ich will ja nicht neugierig sein. Aber diese elegante Dame hier, ist das auch eine Kundin von Ihnen? Ja, also das ist eine ganz besondere Geschichte. Die erzähle ich Ihnen gleich. Okay, Sie können gerne noch einmal hören. Ich sage meine Vermutungen. Und zwar A. Ehe hat mit Menschen zu tun. Das haben wir letztes Mal gemacht. Ich schaffst das die Mera. Das ist ein Zeugger. Die Mera. Das ist eine gute Idee. Das ist ein Zeugger. Das ist ein Zeugger. sie möchte mit ihm ein interview machen ich glaube sie sehen sich zum ersten mal kennen sie sich gut auch ich glaube nicht weil sie haben per sie gesprochen sie haben nicht ins büro von hier an hause maadetsch masalan viel wohnzimmer o keda dachelet viel büro ok super ok kommen wir zum wort das erste wort der maakler der maakler der haus meister der haus meister der haus meister luckippen wenn, gibt es dir das chor suitable die üben, sondern nicht im aber es war kurz als Francisco demais fort مع die band gibt es die więks die autos meister und der haus meister die inen, staat woßt die Polende der vor Ort, der vor Ort die vor Ort, Life istüyor delivered es ist nicht in der inen, staat ist es wo außerhalb, bin or сердig in circles, Joint war Power accreditation äh Der Öfen Der Öfen Offen ist aber hier der Öfen Der Öfen Der Öfen Der Öfen Die Wund Flashe Die Wund Flashe Der Öfen Die Wand Der Balkon Die Dach Der Öfen Der Öfen Das Grundstück 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 Okay, super. Kommen wir jetzt zu unserem Interview mit Herrn Hauser. Und jetzt werden wir wissen, was ist Herr Hauser von Beruf. Lesen wir den Anfang und die ersten drei Fragen. Nummer eins, was macht Herbert Hauser beruflich? Jetzt noch einmal, aber wir werden das jetzt hier lesen. Warum wird er für die Illustrierte interviewt? Wird interviewt passiv. Ihr Tim, ja, mal hiwar, so hafi maai. Und eine Illustrierte ist ein anderes Wort für die Zeitschrift oder das Magazin. Han lai iha maktouba badekeda, ja, ni magalla. Wovon erzählt Herbert Hauser in dem Interview? Ihr törer hoa für das Interview dab jahki an ei. Wir lesen hier nur den ersten Abschnitt und unterstreichen die Antworten oder suchen die Antworten. Ich möchte die Menschen glücklich machen. Ein Besuch bei Herbert Hauser, Makler aus Leidenschaft. Also, was ist Herr Hauser von Beruf? Er ist maakler. Wasi taakurot. Also, er ist kein Fotograf. Und, dann haben wir hier das Wort aus Leidenschaft. Ja, nie aus Leidenschaft? Leidenschaft, ja, bei Makler, die hier, die Klemel ingeleze, Passion. Au, bei der Arabe, die Al-A-A-T-Fa und Leidenschaft. Und, wenn ich mache etwas aus Leidenschaft. Und, das ist maakler aus Leidenschaft. Das ist maakler aus Leidenschaft. Das ist maakler aus Leidenschaft. Und, das ist maakler aus Leidenschaft. Das ist maakler aus Leidenschaft. Grammatik. Okay. An den Wänden hängen Fotos in allen Größen. An الحوقet في متعلق äh Fotos في بكل المأسات. Die und tschied le schäuze und ihre Gewohnheit zeigen. Und die hier das ist ein Relativ Satz. Amal naja abel keder. Fil A zwei. Äh, bimana illi. Tammam? Fahua fi soar. Will soar di betammal eeh? Il soar di betowalina zeigt äh biyot muchtalifa w eil sukan betochum. Herbert Hauser kent ziala. Ja ruf hun kuluhum. Er ist der Mann, hoa rugel der den Traum vom passenden heim va werden lässt. Toib. Anzi hinna Traum, jani hiil. We va, jani hiii. Verden يصبح حقيقي. ولachsen dhi akad naja abel keda. Lama bäkul هو biyajajal elche, yah yahduz. Fahua biyajajal elchey betar b qa bqee baasen des heim au betar äh, 본 paasen des heim. Betar albyt munaسب. Heim, heim, jani biet manu, jani manzili. Äh, jani manzili. Äh, jani biyt, manu. Yacht hare, jani Und das schon seit über 40 Jahren, oder? Okay, warum wird er für die Illustrierte interviewt? Wir können hier lesen, feiert heute seinen 70. Geburtstag, Herbert Hauser. Vielleicht wird er für die Illustrierte interviewt, weil er seinen Geburtstag heute feiert. Okay, und dann. Ich wollte schon immer andere Menschen glücklich machen. Er erzählt uns. Ich hatte immer noch einen Menschen, die anderen zu erzählen, als wir ihn besuchen. Erstmal, nein. Ihnen das richtige Haus oder die passende Wohnung vermitteln. Hier, ich habe sie mit ihnen zu finden, dass sie den Betten oder die Schwerke oder die Schwerke vermitteln. Das ist für mich mehr als ein Beruf. Da bin ich z.B.D.O.K.T.O.R. mit dem gerade Amal. Es ist meine Leidenschaft. Da ist meine Leidenschaft. Wer kann das heute noch sagen? Wer kann das heute noch sagen? Zusammen mit Herbert Hauser werfen wir einen Blick auf die Fotos in seinem Arbeitszimmer. Und wir haben zusammen mit Herbert Hauser, werfen wir einen Blick auf die Fotos, auf die Fotos, auf die Fotos, auf die Fotos, auf die Fotos in seinem Arbeitszimmer. Er stellt uns vier Kunden vor, denen er bei der schwierigen Wohnungszuch half. Das ist wieder ein Relativzatz, Relativzatz im Dativ. Wie hat sie erzählt? In dem Interview. Wer hat die Fotos erzählt? In dem Interview. für ihn er erzählt er stellt uns vier kunden vor oder erstellt vier kunden vor denen er geholfen hat sehr gut okay machen wir weiter okay wir haben hier die vier kunden und zwar die frage welches foto passt überfliegen sie den rest des artikels und ordnen sie zu verhören das ist A schauen sie sich dieses foto an das hier war mein allererster kunde in den siebzig jahren in den siebziger jahren das war ein franckfurter student, ein franckfurter student, er sucht ein einziger appartement mit kleinen Balkon, kann beidauwärr على شقة من قوضة واحدة wikunfiehha balakona sogarier, zu dieser zeit herrschte ekstreema volungsmangel für studenten, herrschte يعni escape كان هناك تمام there was, ففي الوقت ده كان هناك wohnungsmangel, mangel يعni نقص تمام دي من الكلمات اللي يعni مطالبين نفهمها ففي الوقت ده كان هناك نقص في الشقة للطلبة wir fand nur wohnungen, kunna bas binlai, يعni die zu weit entfernt waren von der univerzität احنا بس كنا منلاقي شقة بعيدة جدا عن ال univerzität und hier haben wir wieder relativ zatsa, wohnungen die, شقة illy, تمام? und weit entfernt das ist wichtig كانت بعيدة عكس indianyha, hannschufha mكتوبة بعد كده oder wohngemeinschaften, 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 kunna اخدناها زمان اللي هي lvg, او المسكن المشترك doch, johachim wollte unbedenkt, zain aigenen, vierwende haben لكن johachim kan, bishakli, يعni kibir, wmuhim, wkan biusir, in huwa yilaki l-arba, johachim betoro, johachim bi, zain aigenen, kussin bi nach langa zuuha, baad bachs tawil, fanden wir einen leeren zirkuswagen auf dem grundstück, aina alten dame, baad bachs tawil, laena zirkuswagen, wagen, يعni auto, fa laena arabie zirk, تمام? في قطعة orde, aina alten dame, ta khus, äh, jani sit agouza. zi machte damals, einen klugen tauch, tauch, jaani tab diil, wa hiee amalit seitha tab diil dakim. johachim zog, zog dal modi betal zian in den zirkuswagen und eledikte dafür housemaester teishkaiten Für die Besatzsagen. Tja, beruho. Juchachem zuge. Siehen, يعni, Aazl. Fuhu, Aazl, roh, iltsechusverg. Waukulna, Aledigen, achadnaia, maa, Aufgaben, Aledigen. Jain, yunhi, Aamal, au, biequom, B-Aamal. Fak, Tietisch, Kaiten, baga, di, kielma, Tanja, la, Aufgaben. Äh, bimakna, يعni, bardu, Aamal, bas, hier, Hausmeister, Tietisch, Kaiten, Aamal, elhausmeister. Zey, maaulna, ان هو, يكون, biequom, biequom, مثla, حاجة, bozit, äh, loo, fieh, مشكلah, hatt, yyekelimu, ohhakez. Fuhu, عamal, E, kan, biequom, 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 bie,abal, elhausmeister, für die Bezitzsagen. Bezitzsagen, illy, hiya, elmalica. Der Bezitzer, elmalik, die Bezitzsagen. Nachtん tot, der Altert, daame, bau, bau, va, da, sitte, alha, cwo,za, erbte, er, das Haus. Wieris, elbeet. und das Grundstück und lebt heute noch dort Ab und zu fahre ich ihn besuchen Ab und zu be-mahne E كل schweig Ab und zu fahre ich ihn besuchen und dann trinken wir eine Tasse Tee in seinem Wagen zu welchem Foto passt das? Das passt hier zu diesem Foto weil das ist hier der Zirkuswagen Okay, dann weiter Das hier, das ist die Familie Sousa Fontes aus Brasilien Als sie aus ihrem Heimatland hier ankamen Amma gumm hinna, min, il-Balat min motunhum Fanden sie nur eine enge Wohnung Lacku bas, schaqa, dajaqa in der Innenstadt Für wusste il-Balat Aber den Sousa Fontes fehlte schnell vor allem eins Fehlen, يعni jankus Dem, es fehlte mir Es fehlte mir noch ein, es fehlte mir ein Auto Bienkusni, sejare Temaam? Wohanlai bordeu il-Word maktoub بعد keda Fakain bienkushom haja waahda Ein Ort, mekan, an den Wohanlai bordeu, hannschufha in der Horda Fil Grammatik An den sie freunde und verwandte zu jeder jahreszeit zum grillen einladen können Fakain bienkushom makan Yodahru yn homm Yazemuvu fie Ah, el-Fruind Dauwel-Favante Al-Azdaqa و Al-Akharib Lekul Waadt Ah, عchain yamilu grillen عchain yishuwo rwa baad Sie zoroten Al zuhause Mhatgarten Ouderof Favitteli Hommä Canu bieddowraru Al-Azdaqa Sohoose Al-Azdaqa 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 Ah, yukun Ah, fie ginninnah die Kosten durften nicht zu hoch sein und 8 nicht mehr zu sein in einem vor Ort fand ich eine schöne Wohnung für ein paar kleine mit dem Torf die eine schöne Wohnung die direkt zu einem großen Garten hatten zu einem großen Garten hatten zu Gang zu einem großen Garten hatten die Wohnung kann lehra Madchal Mubäscher lehle die Gnina Kibira die Wohnungseinweihung das bedeutet Party das betebaa eine erste Party die woa wenn man hier ich hab eine neue Wohnung gekauft und ich mache eine Wohnungseinweihung ehtifal bilhagek gedeeda ehtifal bilbiet gedeed bilhagek gedeeda waha kazo die Wohnungseinweihung war ein spektakuläres Garten und Grillfest bilhagek gedeed bilhagek gedeed bilhagek gedeed fzai ma attefaqna gedeed anna baktib bilhagek gedeed bilhagek gedeed bilhagek gedeed bilhagek gedeed was. hat scooter und auch dr m zu Lions Der もし die Zirin, die Malaika, die Besitzer im Malaik, die Plural betaue, nicht eine Art Z. Zogen, der zweite, mit 10, zogen, auszillu zu ihren Kindern, auszillu, der Autofahrt, also älschel, und so über Namen die Ättenhubas auch gleich die ganze Einrichtung. Einrichtung, die wir in der ersten Dersich haben, wenn wir, die ganze Menschen erstellen, von Alten Auto über den Müll-Eimer bis zu Klubius. von Alten Auto über den Müll-Eimer bis zu Klubius. von Alten Auto über den Müll-Eimer bis zu Klubius. von Alten Auto über den Müll-Eimer bis zu Klubius. von Alten Auto über den Müll-Eimer bis zu Klubius. von Alten Auto über den Müll-Eimer bis zu Klubius. von Alten Auto über den Müll-Eimer bis zu Klubius. von Alten Auto über den Müll-Eimer bis zu Klubius. von Alten Auto über den Müll-Eimer bis zu Klubius. von Alten Auto über den Müll-Eimer bis zu Klubius. von Alten Auto über den Müll-Eimer bis zu Klubius. Ich habe die dame viele Objekte gezeigt. Hier Objekte nicht so, objekte, 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 sondern so, objekte, objekte. Ich habe die Sette, objekte, 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 objekte. Aber mit allen, was sie unsufrieden. Aber sie waren unsufrieden, nicht allen, mit allen. Aber sie waren unsufrieden, mit, und sie waren unsufrieden, mit. Nur mit mir nicht. Aber Alhamdulillah, es war die Rodea. Sie waren 36 Jahre alt. Sie waren glücklich mit Erika. Sie waren 36 Jahre alt. Sie sind sie in unseren Ferien. Sie ist sie. 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 Sie waren alle auf dem Ferien quatrien. Wie geht es dir? Das letzte foto, die Frau, das ist hier in Fiering, was hier. Okay, super. Ja, طيب, nijie hierna beck l'Habit al-Kalimaat el-mum-ken. Nutla' biehom min el-tecst. Die Illustrierte, binnissba'li, mish muh-hem-ha-kaui, mish bittetkarr k'tir, jani, ou mish binnestakdem-ha-kaui, bs l-mogorgen, nana beck fahma, die Illustrierte, die Zeitschrift, hier das Magazin, kloom, zai bocht. Wahr werden, jani, iya ta'haqq. Mein Traum wurde wahr. Helmi, ithaqq. Der Makler und vermitteln. Vermitteln, iya ta'wassut. Vass macht der Makler? Der Makler vermittelt, biya ta'wassut, zwischen dem Kunden und dem Verkäufer. Biya ta'wassut, ma bein, il-amil, ui, il-verkäufer. Kunde, nirgge, hena, das ist ein Adjekt, nein, das ist ein Maskulin 2. Da, min l-kalimat, il-betechund, en, ou l-en-deklination, li-lschufnaja, fa aul, l-leksyon, kholos, lma bechutlu fil dativ, aho, haattitlu, n-seada. In der Nähe, au weit entfernt. Yani, ich wunne in der Nähe, anasäken, kureib, ich wunne weit entfernt, anasäken, bait. Erben, jäuress, er hat das Haus von seinenm Onkel gearbt. Das N ist extra. Entschuldigung. Von seinem Onkel. Bezumpt. Fehlen. 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 In der Klasse. Fehlen. Noch einig sthule. Vf. Vf. Noes kamkur. Timam. Lohaana raiz a-kull. Bezumpt. Bezumpt. Is feel en mir. Einig sthule. Bezumpt. 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 Do feelst mir. Enta betankusni. Bemana inta wahjni. Die fevante. Die fevante. die Verwandten, oder hier ist der Adjektiv als Nomen. Er ist der Verwandte, die Verwandte sind die Verwandten im Plural. Er ist der Auszubildende, die Auszubildende und die Auszubildenden. Adjektiv als Nomen ist der Adjektiv. Ich habe mich auf der Partie amusiert, ich bin nicht auf der Partie amusiert. Er ist eine Anführungsvolle, also eine Anführungsvolle Kinder. Sie haben sehr viele Wünsche. Okay, kommen wir hier zu der zweiten Aufgabe. Und zwar, sie sollen ankreuzen, was ist richtig. So, ich wollte in einer eigenen Wohnung, in einem Wohnzimmer, in einem Wohnzimmer oder in einem Wohnzimmer, in einem Wohnzimmer, in einem Wohnzimmer oder in einem Wohnzimmer. Er durfte in den Circuswagen sein. Und zwar hat er noch einen Wohnzimmer seine Anwendung. Er hat einen erwähnen, den Dienstwagen. Er hat sich an den Art der Verwandern. Er hat sich an den Urlauben. Das ist große Wünsche. Wenn er den Bedürfungen angett hat. Wenn er der Besitzer hilft. Man kann ihm helfen. Die Gebäude, die Wünsche, die Gesellschaft. Das ist das Vierfende. Dann geht es nach nach dem Dorf. Er hat sich an den Worten. Und hier, wir nehmen die Verb sehen. sehen, das ist ein, das ist ein, das ist ein, aber das ist ein, 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 das ist ein. Das ist ein, 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 das ist ein Das ist wichtig, etwas spielt eine Rolle, das ist wichtig, etwas spielt eine Rolle, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Für diese Zeit haben wir einen Bauernhof mit einem kleinen Garten oder einem großen Grundstück. Sie über Namen akhedu den Hof, den Hof da, möbiliat, beilabiliat, 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 beilabiliat. Das schönste an dem Haus ist der Öfen oder das Grundstück. Herbert Hauser hat seine Ehelfrau bei der Arbeit in Frankfurt, wird es sein Arbeit in Frankfurt oder in Deutschland? Das ist eine Sanfrau. Die Sekunde, diese Dinge, die ich jetzt ein Abattement mit Druck zu betätten, – in der Bestellage – in der Verlage, Sie betitzen, in der staan� recht, vom Untergrund in der Nähe Ostrasse, ich zeige jetzt die antworten sie können diese aufgabe ja selbst machen hier noch die antworten und die hausaufgabe danke und bis zum nächsten video